hallo liebe freunde des skisprings oder die die es noch werden wollen ich bin hier mit meiner familie in griechenland im urlaub vor der saison noch mal ein bisschen entspannen und da liegt man ja im pool und hat zurzeit das mögliche zu lesen und zu stöbern in den social netzwerken und da bin ich auf eine geschichte gestoßen braun lage sucht man geld für eine neue arena also nicht nur eine große chance als 117 sondern drei oder vier schanzen sollen dort entstehen und da sucht man natürlich was natürlich geld und da hat man auf der plattform come on ich denke mal die wird dann auch noch mit eingeblendet werden oder auf der seite verlinkt sein sucht man geld also sie haben anspruchsvolles ziel die geht noch 15 tage und man braucht 375.000 euro um eine anschubfinanzierung hinzubekommen das ist eine menge holz ich werde auch mitmachen also ich werde auch ein bisschen was spenden und ich hoffe ihr auch also alles mögliche dazu informationen findet ihr im netz und vielleicht schaffen es ja die 375.000 zusammen zu bekommen bis dahin und tschüss aus griechenland